Okay, Kavarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite, direkt hinter der Giladbrücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An allen Missfettkennungen. Vorrücken zu 1-6. Westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3. Habe keine weiteren Infos. Out. Schwachsinn. Hey, Matkewitsch, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich hab 34 Minuten geschlafen. Und ich hab'n Vanilleshake getrunken. Ob das was zu bedeuten hat? Oh, shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Fahrzeug getroffen! Werden von links geschossen! Halt hinter den Felsen! Linke Seite! Führung Winsfeld. 4-1-3 stehen unter Präzisionsbeschuss. 2-3 hat es erwischt. Greifen an! Festgenagelt! Oh, ich bin getroffen! OH. Ich bin K 하나. Wie geht's euch? Kur nicht auf? Ich bin Schlaf! Was zum Henker geht hier ab? Keine Ahnung. Wir gehen ab durch die Mitte. Kurzstrecke. Los, los! Luster hoch! Bewegung! Bewegung! Takt voraus! Verlasse Deckung! Oh. Gottverdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. So oder so, Steve. Ich mach mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Oh, fuck! Roteste Transporter! Gottverdammte Scheiße! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls. Nicht technisch gesehen. Verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls zuerst dort sein. Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Die retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay. Wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Was für ein Scheißspiel! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Du warst ein und macht uns so vorrücken bereit. Ziele! Turm entgegen! Truppen! Werde beschossen! Aushören! Schock aus, verdammt! Ziele voraus! In Deckung! Ich schieße! Ich schieße! Ich schieße! Angriff! Sie kommen näher! Passt auf die Pflanzen raus! In Position! Sie ist weiter! Los geht's! Über den Kampf kommen noch mehr Fallschutzspringer! Feiert uns! Haltet eure Sektoren! Greift mal ab! Oh fuck, bin ich hier drauf! Öffne der Feuer! T.A. D.A. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Halt die Augen auf! Wir müssen sofort auf die andere Seite des Tals rüber. Laut glaubwürdiger Infos rückt russische Infanterie von Norden her an. Sie strecken ihre Pfunden nach Kaffarov aus. Ihn wollen wir uns greifen. Seinetwegen sind wir hier. Wir rücken weiter vor zum nächsten Kontrollpunkt. Verstanden? Gegenangriff! Kontakt! Baumgrenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Deckung! Fall! Zwoche und Wasser mischt! Panzer! Falschlecher, wir im Kieb! Ich bin getroffen! Weiß nicht! Anno, kein Liebenfanzer zerstört! Gut gemacht! Ich bin getroffen! Mannheim! Gang! Bin getroffen! gehen und Augen offen halten. Verstanden. Geh nach. Kommt. Bondgeschütz nach rechts, nach rechts. Über die rechte Flanke ausschwärmen. Feuerschutz. Greif an. Ich schieße jetzt! Unser Fahrzeug hat's erwischt! Feuer von links! Gott, verdammte Scheiße! Ja, es ist recht nah. Geh. Ja, ich war Ihnen so alt. B Serpigo, da war ich mir! Vielen Dank.